hallo meine lieben heute ist freitag und ich war im kaufland davor wer mir auf instagram folgt der weiß dass er auf der bierbörse in kaiserslautern war und auf der bierbörse ist nicht nur bier sondern auch ganz frisch gebackenes brot das kommt dort direkt aus dem brotbackofen so ein steinofen richtig toll dann das mal trinken habe ich mitgenommen dann habe ich im kaufland die chips hier getauft das ist einmal hot pepper die haben nicht mal einen euro an dem angebot dann kommt dieser knoblauch den mag ich am allerliebsten das ist ja so eine komplette zehe wenn der das schält und das kann man so schön schneiden ich weiß aber auch gar nicht wie dieser knoblauch heißt knollen knoblauch dann habe ich mitgenommen nektarinen die hier und kiwi dann zwei dosen sherry cola dann kommt einmal latte macchiato dann Kinderriede da war auch im angebot dann zwei mal sauber gold habe ich dann ein erdbeerraubakuchen dann zweimal dieses schmelzfein das kostet 3 euro und 79 oder 89 das ist ein kilo und das ist die rein pflanzliche alternative zu butter schmalz und das ist zum braten backen kochen und frittieren mit feinem butteraroma und da habe ich schon mal so ein pott und ich habe den jetzt schon etliche wochen und es ist immer noch halb voll oder über halb voll sogar ja da habe ich mir jetzt mal noch zwei mitgenommen weil sie jetzt gerade mal wieder hatten und vielleicht braucht mein sohn noch eins dann habe ich noch eins so und dann kamen zehn verschiedene und da waren die nämlich im angebot für 1 euro 49 ja 1,49 das können wir doch gleich mal gucken schmelzfein 3 euro 49 kostet das also und wie gesagt das ist ein kilo der rhabarber erdbeerkuchen ist 288 da war auch im angebot da ist es auch einmal dieses schmelzfein drin und diese ganzen wiederkraft dann kam mit diese diese kleinen cherrytomaten kiss me honey tomatenküsschen jeder hat ein küsschen verdient süß wie honig na dann gucken wir doch mal dann kamen noch einmal erdbeeren mit dann diese stutzpaprika eine gurke wird 49 cent gekostet dann zweimal diese buttermilchbrötchen die sind für sonntag dann zweimal dieser ofenkäse mit knoblauch der war im angebot ich glaube 1,49 dann der eiersalat hier der war auch im angebot ich glaube 88 cent dann kam noch ein tzatziki mit jetzt kommt nur noch grillfleisch also wer das nicht sehen möchte der weiß bescheid da war einmal reduziert einmal Lammlachs war 30 prozent günstiger dann einmal diese Würstchengrillspieße auch 30 prozent günstiger das ist für Dina diese Markknochen auch 30 prozent günstiger dann Schweinemedaillons gewürzt 30 prozent günstiger und einmal die Käsegriller mit Emmentaler aber das war es jetzt Tasche leer mehr kam nicht mit dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Sonntag genießt den Tag bleibt gesund und bis bald zum nächsten mal five Vielen Dank.